Ich kriege mich nicht mehr, dass ich jetzt bei dir noch ein bisschen aufgerissen habe. Das ist gut. Das ist gut. 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 Hast du eigentlich ein bisschen diese Bayern-Mentalität, wie geht die Ebene so, den Spielern noch mal in die Aktivität zu lassen? Ich denke aber nicht, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir ein schlechtes Spiel machen können und trotzdem gewinnen. Ich bin überzeugt, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, da selbstvertrauen haben und ihre spielerische Leistung abrufen werden. Wir wissen, dass es schwer wird, weil der Gegner kompakt nicht drinsteht. Ich habe das auch schon gesagt, dass sie läuferisch-konditionell werden sie keine Probleme haben. Sie werden da 19 Minuten dagegen halten können. Also es liegt uns auch, diesen Druck hochzuhalten und sie ständig unter den Sturz halten. Eine gute Frage. Wie ist denn das für dich als sehr junger Spiel? Ich bin bewusst, dass wir uns wirklich in seinem Spiel alles dran setzen müssen, dass wir die drei Punkte holen. Klar, das ist eine gute Schiebung. Hat aber nichts zu tun, dass man nicht den Gegner gescheitzt und sagt, ja, ich putze mich weg. Das ist mein erster Fall. Wir müssen einfach den Weg weitergehen, den wir eingestanden sind. Und ich glaube, wir sind auch einen sehr, sehr guten Weg. Und natürlich werden die Punkte jetzt in den zwei Spielen dran, glaube ich, sehr wichtig sein. Hier und immer wieder ist es natürlich wichtig, den Gegner zu respektieren. Ich lasse mich. Ich versuche einfach, mich aufs Reden direkt zu konzentrieren, mich von dem ganzen Blumen jetzt nicht ablenken zu lassen oder jetzt zurück machen zu lassen. Deshalb einfach meinen Job zu tun. Was haben Sie gemacht von 2 zu 2 im Oktober 2004? Wir haben in München eine sehr sehr gute Mannschaft und auch hier in der Nationalmannschaft eine super Mannschaft. Wir verstehen uns alle wirklich sehr sehr gut untereinander. Wir sind wirklich hier zu einem Team gewachsen, was einfach sehr viel Spaß macht, hier zu sein. Das kann man in unseren Spielen auch sehen. Sie meinen zu dem Kopf heraus. Was hört sich dafür? aber wir müssen auchinda so genau haben. Das war ihren Christi, auf den Boden zu Ihrcimento. Wir bitten wir uns den Humus, Vielen Dank.